hallo schön dass ihr wieder dabei seid bei conny canarias land und leute so heute geht es zu tine und luki in die larifari bar da sind wir ja jetzt immer öfter mal und immer donnerstags und da schauen wir jetzt ganz einfach mal rein was denn da heute so los ist und ich werde zwischendurch immer mal wieder berichten natürlich wenn er am singen ist geht das leider nicht aber ich versuche das einigermaßen hin zu bekommen hier oben haben wir sie im ersten stock hier oben die larifari lounge und da gehen wir jetzt hin ja das wetter lässt heute bisschen zu wünschen übrig es ist natürlich schon viel besser geworden wir hatten ja den starken kalima am dienstag im moment tröpfelt gerade ein bisschen aber naja gut das macht auch nichts so und hier geht es nach oben zur larifari lounge hier noch mal ein rundblick hier haben wir das köpieg bei fabi und rudy aber wir gehen nach oben hier drüben das rio palace palmeras da haben wir ja auch darüber berichtet haben wir ja sogar eine zimmerbesichtigung gehabt so und dann schauen wir mal hier rechts ist das gucci aber wir gehen hier herein ein neuer pavillon das ist natürlich auch schick vor allem schön kuschelig warm es windet nicht ja schön da freuen wir uns also hier sind wir jetzt der harry und ich immer donnerstag ja donnerstags ab 20 uhr sind wir hier und ab 21 uhr fängt ja der lucky an zu singen die letzten zwei male es waren jetzt erst zwei male waren sehr schön gut besucht also es war immer was los und deswegen ja solltet ihr mal hier sein und und conny und harry kennenlernen möchten dann seite hier natürlich willkommen allerdings mit tanzen ist ein bisschen schlecht hier draußen ist platz zum tanzen aber drinnen stehen die tische aber das ist schon mal richtig gut gemacht hier der pavillon man sitzt geschützt und jetzt natürlich mit den regentropfen umso besser umso besser ja ist auch alles schön geschmückt aber jetzt läuft die musik und ja nachher geht es dann mit dem video weiter so mittlerweile ist richtig was los ja es geht voran und ja später mache ich dann noch ein paar fotos die hänge ich dann an das video mit ran wenn dann die musik spielt denn das kann ich leider dann nicht aufnehmen denn da kriege ich von youtube wieder eine auf dem deckel aber den leuten gefällt es hier und ja uns freut es natürlich auch dass harry so gut ankommt und vielleicht kommt später noch ein nachtrag so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020